Heute spielen wir Minecraft, aber wir haben nur einen Block. Schaut bis zum Ende, um das hier zu verpassen. Los geht's! Kasper! Hier, guck mal, guck mal! Was? Wo sind wir? Und da hinten, ganz dahinten, ist das Ende anscheinend, ne? Oh, zeig mal, wo... Ach, da, lol! Stimmt, da müssen wir rein, um den Ende rein zu gehen. Okay, wir müssen ganz vorsichtig sein. Oh mein Gott, du musst es spielen. Okay, bau, 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 bau. Oh, Alter, gerade aufgesammelt noch. Oh, was? Okay, ich baue schon mal in die Richtung. So, zack. Ja. Ich hab jetzt hier... Alter, wir haben sogar ein neues Tech-Track-Pack hier. Wie sieht das denn aus? Ja, du hast auch voll den krassen Skin gerade. Sieht voll lustig aus. Bei mir jedenfalls. Mach du mal eine Crafting-Box. Stimmt, ich wollte gerade was anderes damit machen. So, okay, ich hab eine Crafting-Box. Abgemacht. Alter, sehr gut. Okay, alles gut. Hier, Sand. Schön weiter kaputt machen. Ich hab ein bisschen Angst. Ja, platz hier mal auf jeden Fall die Crafting-Box gleich. Wo denn? Ja, mach ich gleich, wenn wir ein bisschen mehr Platz haben. In Richtung End. Lass uns Richtung End bauen. Hey, das ist gespawnt dahinten. Guck mal. Da sind Kühe rausgekommen. Lol. Okay, warte, ich bau dir jetzt hier einfach mal auf den Boden hin. Dann kannst du die auch da benutzen. Okay, 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 passt. So, sehr gut. Abbau, was ist das denn? Alter. Oh mein Gott. Hau die runter. Au. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Okay, warte, ich werde jetzt hier noch ein bisschen den Block noch weiter kaputt machen. Ja, ja, mach mal. Oh Gott, das ist Eisen, ne? Oh, wir hätten schon eine Spitzhacke machen können aus Holz. Ey, ich bin so los, ich platziere die Holzdinge einfach hier vorne. Safe für nur eine Crafting-Box. Ich hatte gerade viel Holz. Oh, richtig Holz. Okay, das brauchen wir, das brauchen wir. Ja, hab ich jetzt auch noch mal. Erde. So. Was ist das Orangene? Ich glaube, es ist auch noch mal hier ran. Alter, ein Schwein! Oh, pass auf! Wie sieht das so komisch aus? Ey, das sieht echt voll komisch aus. Ja, kannst du mir mal Holz geben? Ich mach schon mal eine Spitzhacke. Dann können wir auch den Stein gleich abbauen. Ja, ja, pass auf, warte hier. Äh, Holz, Holz. Danke, ja, perfekt, reicht. So, immer Holz, okay. Das Schwein gucke mich ein bisschen zu komisch an. Ich hab irgendwie Lust, das bisschen runter zu hauen, muss ich sagen. Naja, hau es bitte nicht runter. Okay, ich kann abbauen. Ich hab auf jeden Fall eine Dings hier. Warte mal. Ja, ich hab's. Sehr gut. Das Fleisch gedroppt. So, das Chicken. Oh, sehr schön. Ich mach jetzt so viel, ne? Ich komm jetzt so gut durch. Wenn gleich Stein kommt, dann lass mich das mal abbauen. Ja, Stein. Warte, warte, warte. Flut! Wasser! Hä? Flut? Ich glaub, wir müssen trotzdem mal kaputt machen. Okay. Wow! Wow! Lol! Okay, warte. Ey, das ist voll gut, das ist voll gut. Jetzt werden wir Wasser bekommen. Ja, das ist echt voll gut. Also, jetzt brauchen wir noch einen, äh, äh, Eisen. Ja, ja. Einen Eiseneimer. Ja, geh runter nach dem Block. Ja, ja, ja. So, und hinsetzen. So, guck mal. Oh, ich bin fast runtergefallen jetzt grad. Fast runtergefallen. Ja, ich hab jetzt grad so viele Sachen, ne? Vielleicht sollten wir mal ne Kiste machen. Ja, genau. Craftet ihr schon mal ne Kiste und craftet ihr auch schon mal, äh, Dings hier. Craftet ihr auch schon mal ein Schwert und ne Spitzhack und sowas. Okay, ich hab jetzt hier ne Kiste schon mal am Start. Aber, sehr gut. So, und da mach ich schon mal lieber erstmal alle Sachen rein, bevor ich hier gleich runterfallen sollte. Ja, ja, ja. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Oh! Was ist das denn? Hast du? Alter, so ein Villager oder sowas. Guck mal. Will ich trainen? Was hat denn der P-Sack? Hier, Kohle! Oh, endlich! Okay, warte, ich hab ne Spitzhacke. Zack. Abgebaut. Und bam! Jawoll, mach mal nen Ofen. Ich hab doch gar nicht genug Stein dafür, für nen Ofen. Ja, was weiß ich. So. Kann das halt lieber in die Richtung jetzt hier bauen. So, so, den ganz. Zum End. Ich hab genug Blöcke, komm jetzt. So. Oh nein! Bro! Ich drück Sprinten außer Sneaken. Das ist nicht dein Ernst. Alles weg, Digga. Ich hatte 200 Holz gefühlt, ey. Alter. Hä? Im Winter abbehalten. Ja? Oh Gott sei Dank, Alter. Ja, ja, alles gut. So, zack. Oh, hä? Ich krieg jetzt. Ich hab grad das bekommen. Auch nen Apfel. Hä? Einen Apfel? Wieso hast du nen Apfel bekommen? Ich hab nen Apfel bekommen, als du was abgebaut hast. Mach mal nen Ofen. Wir brauchen langsam mal nen Ofen oder sowas. Ja, haben wir nur einen Stein dafür? Ich glaub nicht. Oh mein Gott. Ey, ein Babyschaf. Ja, Mann. Und das sieht doch ganz komisch aus. Okay, warte mal. Machen wir mal hier. Hier ist Stein. Hier ist Stein. Bau ich Stein ab. Ja, okay. Wichtig. Wichtig, ja. Digga! Was haust du mich, hä? Nur so, dass du es schnell machst. Komm mal her, ihr Kühe. Jetzt seid ihr befreit. Guck mal. Sieht ja voll krass aus. Alter, hier fehlt sogar. Wir brauchen aber noch alle, wir brauchen alle Enderaugen. Äh, noch nicht, noch nicht. Oh mein Gott, gefährlich. Ich weiß ja, gefährlich. Wir brauchen einfach alle Enderaugen dafür. Okay, warte mal. Alter, für alle Enderaugen brauchen die. Ja, ja. Aber ich glaube, die kommen ja irgendwann raus. Ich glaub die kommen irgendwann aus den Blöcken raus. Hä? Oh mein Gott! Hä? Hä? Was kam denn da abgeregnet? Alter! Alles. Was hab ich denn alles auch bekommen? Da oben, da oben, guck mal die Kisten. Da oben sind jetzt Kisten, die bei uns. Was? Siehst du die? Hä? Komm, wir bauen uns hoch, wir bauen uns hoch. Alter, ich hab gerade richtig, die hast du auch bekommen? Ja, ja. Ich hab ganz, ganz viel Ohr bekommen. Also ganz viel hier. Ich pack die kurz mal in die Dings rein. In die... Oh mein Gott, was glaubst du ist in diesen Kisten drin? Ich kann da ranfassen. Und? Neisser Golderz. Das ist ein... Was? Und hier auch. Smaragderz. Ganz viele verschiedene Erze noch. Geil, nehm ich mit? Weg da! Oh! Hä? Nein, nicht die Wildscher, oder? Oh, wir hatten doch gerade Smaragde! Äh, er ist einfach... Keine Ahnung. Er ist einfach runtergefallen. Mochte sie nicht. Ich hab ihn nicht mehr gehauen oder so. Er ist einfach runtergefallen. Mochte sie nicht. Steinlecks hab ich am Stein. Also wenn jetzt immer Holz kommt, können wir das richtig schnell abbauen. Okay, sehr gut. Weil wir kriegen ja oft Holz. Ja, safe safe. Oh, ja. Genau da. Genau. Zack. Nächste. Ja, ja. Oh mein Gott, wie schnell das geht. Oh, Stein, warte, baue ich ab. Und abgebaut. Weiter geht's. Ja. Holz weg. Hier. Nächste weg, 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 weg. Alter, wie schnell geht das? Ja. Ist ein Minuten-Takt hier, Alter. Wuhuuu. Warte mal ab hier, Kollegen. Oh mein Gott, so die Arme. Ey, Alter, das ist so ein Zombieschwein. Wie sieht das aus? Sieht echt so komisch aus. Sieht echt so komisch aus. Safe. Warte mal, ich brauch mal hier die Insel nochmal... Ey, das Schwein hat unsere Kuh runtergeschubst. Ne, ne? Das... Dafür wirst du dich ja wohl hoffentlich rächen bei dem Schwein. Okay. Sehr gut, sehr gut. Hier, nochmal freibauen. So und so, okay. Hier, haben wir noch mehr. Ja, Axt kommt. Hau frei, das Ding. Hau frei, das Ding. Hä? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier die Wölfe, die jaun unsere Tiere. Das ist so, ich hab den runtergehauen. Oh mein Gott, was ist denn das hier vorne gespawnt? Hier ist ja ein Pferd gespawnt. Wie ein Pferd. Hier ist ein Pferd. Guck mal, guck mal wie ich reite. Wuhuuu. Oh mein Gott. Das ist voll böse. Das ist schön, das Holz weiter kaputt. So, zack, zack, zack. Ganz entspannt. Bisschen wir zu zweit machen, dann geht das schneller. So, hier auch nochmal. Bam, abbauen, abbauen, abbauen. Oh. Ey, ich bin mal gespannt. Glaubst du, da kommt auch nochmal ein Enderauge raus? Ich mein, irgendwie müssen wir ja Eisen bekommen und sowas alles. Ich weiß, wir müssen jetzt zum Enderportal hin. Alter. Oh. Oh. Nein, nein. Wo ist ne Eisenspitzacke jetzt? Ich kann das machen, ich kann das machen. Okay, warte. So, zack, zack. Gucken wir hier. Das guckt mich so krumm an, das Hühnchen. Okay, passt. Ich hab ne Spitzacke. Au. Alter. Aus der Sicht, sorry. Ich hab ne Spinne raus aus dem Eisenerz. Au, glauben. Hast du's? Arme. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Alles gut, so. Wie Holz man kriegt, ne? Dafür braucht man so viel Holz. Upsala. Alter, ein schwarzer Schach. Alter. Was? Nein. Was haben wir für 30 Sekunden? Wir kriegen jetzt unser, irgendwas mehr bekommen, ich weiß. Irgendwas kriegen wir 30 Sekunden, aber ich weiß nicht genau was. Ach, kaputt, was ist das? Was ist das? Komm schon, Alter. Hier, Axt, zack, boom. Bist du deine irgendwelche geheimen, geheimen Dinger, die ich noch nicht gesehen habe? Neuer Villager, neuer Villager. Und der kann uns so ein krasses Eisenschwert mit Schärfe 3 geben. Was? Yo. Ja, wann kann Villager sowas geben? Yo, was? Für 19 Mark durch. Welchen Mark haben wir denn? Boah, ich hab drei oder so nur, leider. Awww. Na, na. Und zack. Awww. Nein, ey. Du hast es weggehauen. Ey, Digga, was willst du, Alter? Fang nicht so an. Ey. Fang doch nicht so an! Wie kann man so sein? Schau mal, wie der Villager wartet auf uns, ne? Der wartet nur auf die Smaragde, die wir ihm gleich geben wollen. Hier, so. Oh Gott. Alter. Wie kann man so spielen? Awww. Wie kann man so spielen? Digga! Ha, das würde ich jetzt nicht wagen, auch. Jemals wieder zur Kiste zu gehen. Das würde ich jetzt nicht wagen, Alter. Ja! Ey! Flieg! Ja, selbst schuld, selbst schuld. Lass mich erstmal hier in Ruhe abbauen. So, hier nochmal die... Digga, ich wollte... Haben wir bei Ihnen ein Problem? Also echt jetzt? Ja, was denn? Das reicht jetzt! Das reicht jetzt! Was willst du? Komm, hol dir ein Schwert eins gegen eins, oder was willst du? Ja, okay, okay, okay. Wenn das so ist. Ja, okay, okay. Tja! Fast Bridge! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Wo wirst du, hä? Na, wo bin ich? Was ist das wohl für ne Frage? Oh, zehn Jahre! Ah! Oh mein Gott! Geh weg, Kollege! Ey, was war das denn? Nein! Oh mein Gott, ja! Was? Überlebt, Digga! Und er kommt von umschungslich! Ey, das glaube ich jetzt nicht. Money! Hey! Was war? Was genau? Oh Gott, oh Gott! Was fehlt, hallo? Wir sind auf einem Block, aber es ist ein Regenbogenblock. Wow! Der sieht krass... Oh, ich habe Erde bekommen! Warte mal, jetzt gehe ich mal einen Block weiter. Oh, Holz bekommen! Danke! Oh, noch mal Erde, danke! Wir müssen jetzt heute probieren, das Ding jetzt zu überleben. Lass mich mal abbauen! Ich will auch mal abbauen hier! Ey, mal gucken, ob wir die Items... Ich glaube, wir verliehen die Items. Ja, hau mich besser nicht runter, Bro! Oh nee, oder? Nicht runterhauen! Ich habe mal Wasser geplaced, dann können wir da zur Not abhauen, ne? Ja, ja. Ja gut, was bringt das dann? Das brauche ich alles nicht. Ja, weil du mal runterfällst, kannst du da rein springen. Schweini! Nein! Nein! Hallo? Oh mein Gott, guck mal was ich bekommen habe! Ich auch! Da hinten! Guck mal der Dicke! Was denn das für einer? Oh mein Gott! Wo kommt der denn? Wo kommt der denn her? Lass mal kurz zu dem hier rüber bauen. Dem können wir glaube ich so... Ey, ich habe noch was gerade bekommen! Hä? Du auch? Ich auch! Spawn Island! Was? Ich kann eine Insel spawnen! Drück mal! Hä? Habe ich gemacht! Nicht genug Platz steht hier! Nicht genug Platz... Okay! Jetzt! Da unten! Oh! Was? Wie cool ist das denn? Alter, ich werde mal... Ich werde mal... Ich werde mal... Ich glaube ich muss ein Holz hier machen, so... Ah! Okay! Ah! Der gibt uns! Was gibt der uns? Für so Elytra und so Goldäpfel und sowas! Was? Okay, okay, okay! Sehr gut! Dann bauen wir weiter ab! Oh! Der Block wurde geupgradet! Ja, ja! Der wurde geupgradet! Besser ist das hier, ne? So, guck mal! Oh Gott! Schön alles einmal... Man kriegt auch schon bessere Sachen, muss ich sagen! Man hat jetzt hier... Die müssen Michael halt auch komplett durchspielen, ne? Auf... Ich habe jetzt Natur, Gras, Birken und Melone! Ne? Ich habe eine Melone! Okay! Und ich habe einen Birken-Setzling! Sehr gut! Sehr, sehr gut! Wichtig! Okay, warte, warte, warte! Das heißt, hier schön den Setzling drauf machen! Oh ja! Da gibt es auf jeden Fall ganz gute Sachen! Dich nenne ich Elma! Hallo Elma! Aber ich spawne jetzt auch noch meine Insel! Nein! Meine Kuh! Warte! Ich habe eine Insel gespawnt! Busti! Da unten! Ey! Ey! Die ist rot! Ja! Wie cool ist das denn? Ich mach mal hier unsere Plattform ein bisschen größer, ne? So! Einmal alles ein bisschen größer machen! Ja! Weil das Ding ist... Das wird glaube ich da noch richtig schwer! Ich krieg hier nur Erde raus! Ehrlich als ob! So! Guck mal hier noch! Hier noch mehr Erde! Okay! Und der Crafting Bench! Warte mal ganz kurz! Ich habe jetzt schon drei Rainbow-Blöcke! Oh mein Gott! Hallo Popsi! Hallo Popsi! Ich habe vier von diesen Dingern! Vier von diesen Dingern! Und du siehst auch gerade oben rechts, siehst du das Upgrade! Nächstes Upgrade bei 250! Ja stimmt! Bei 250! Oh das ist ja schon was! Hast du noch einen weiteren Wasser Eimer bekommen? Ist ja verrückt! Ja! Soll ich nochmal einsetzen? Zack! Hier! So! Oh Gott! Oh Gott! So vorbei! Hier einmal! Zack! Oh mir fehlt auf jeden Fall! Nein! Was war das? Das Hähnchen! Das war ein Eimer nur! War nur ein Eimer! Alles gut! Hau rein! Du doofes Hähnchen! Was machst du denn? Geh ins Wasser! Geh ins Wasser! Was machst du denn Bro? Jetzt habe ich fünf Dinger weg! Lass mich mal wieder abbauen jetzt hier! Nein! Ja okay! Du kannst nicht auf welchen Rahmen von den Dingern! So! Nimm doch! Unglaublich! Jetzt haben wir fünf Dinger weggemacht! Ich kaufe mir jetzt erstmal was krasses davon! Warte mal! Wir könnten uns für acht Dinger eine Insel spawnen! Ja! Hätten wir jetzt machen können! Hätten wir jetzt machen können! Wie viel hast du? Vier Stück! Und du? Drei! Also ein zu wenig leider! Ein zu wenig für die Insel! Aber wir kriegen jetzt gleich den Upgrade! Alle 25 Blöcke kriegen wir jetzt so ein Ding geschenkt! Du kannst jetzt mal hier so ein Ding bekommen? Ja! Okay! Dann hol mal so ein Teil! Okay! Jetzt spawn ich die Insel! Bereit! Drei! Zwei! Eins! Und los! Wow! Wow! Ein weiterer Block? Das ist noch einer! Ich geh da hin! Dann können wir uns zusammen abbauen! Ja ja! Oh mein Gott! Das ist ja richtig heftig! Du hast einfach einen weiteren Block dir geholt! Alter! Dann geht das doppelt so schnell! Dann können wir auch ins End irgendwann! Ja genau! Ich krieg hier gerade auch einfach nur Erde ne! Das ist richtig schlecht! Ja! Man steht richtig auf der Erde! Vielleicht ist das auch ein Lucky Rainbow Block oder sowas! Das könnte auch sein! Ich hoffe doch, dass wir mal ein bisschen mehr Glück haben! Soll ich mal die Blöcke ein bisschen größer? Überliebe ich den hier runter? Ja! Wow! Oh mein Gott! Oh Gott ey! Ey! Der ging nur einmal! Da kam nur ein Engel draus! Also ein Block! Und jetzt musst du wieder hochkommen oder was? Ey! Verkettlung! Ja! Oh mein Gott! Dafür hab ich nicht mal genug Blöcke! Es ist gar nicht witzig! Hast du ja keinen Baum doch bloß dein Baum! Doch doch doch! Da hast du noch alles entspannt dann! Sollen wir mal gucken! Wir haben jetzt schon 183 von dem Upgrade hier gemacht! Sollen wir mal gucken! Aber ich weiß nicht, ob wir uns zu den anderen runtergraben sollen! Ich mein, wie grabt man sie auch hier jetzt am besten runter? Die bringen nichts! Ich glaub, die bringen nichts! Die Insel, oder? Die bringen nur Essen, ne? Die bringen nur Essen! Das eine Ding bringt halt echt nur so Pilze! Ich bau mal wieder ein bisschen weiter ab hier den Block! Oder mach du? Ja genau! Warte! Ich hab jetzt schon einen weiteren Rainbow Innig! Ich hab jetzt noch zwei Eimer! Und so Grasblöcke und Melonen und sowas, ne? Oh! Zuckerrohr! Und zwei Eichensetzlinge! Das heißt hier einmal! Okay! Die kannst du eigentlich schon mal placeen für Holz, ne? Genau! Das ist eigentlich mal gut! Eisen! Und wir können auch Dias mit dem Typen traden! Fällt mir grad ein! Ich seh's gerade! Wir können echt mit dem Dias traden! Hier! Nimm mal meine Rainbow Blöcke! Du kannst mal irgendwas krasses kaufen davon! Was kann ich davon kaufen? Mit sechs Stück! Ich glaub, dass ich jetzt mal damit viel kaufen kann! Nein, pass! Was kannst du dir doch locker holen! Verzauberte Äpfel und ein Dias! Ne! Zwei Dias! Also es lohnt nicht! Aber es macht glaube ich mehr Sinn, diese Äpfel später zu holen! Ja ja! Geh gerade auf jeden Fall weiter abwärts! Aua! Alter! Vorsichtig! Wenn du mich hier haust! Aber ich krieg hier auch nur R daraus! Jetzt gleich kommt aber das große Upgrade! Nein! Oh endlich! Sag mal! Das so große Upgrade ist auch hier lange drauf warten! Oh my god! Ja ja ja! Hier noch die letzten 17 Blöcke noch! So! Okay! Die letzten 17 Blöcke! 10 Blöcke jetzt nur noch! Und! 9! 8! Oh Gott! Was glaubst du? Wie sieht das Upgrade aus? Ich glaubst du kriegen krassere Sachen dann da raus? Ich hoffe wir kriegen jetzt extrem krasse Sachen! Okay! Einer noch! Und! Und! Wow! Und jetzt? Und was kriegst du? Warte was kriegt man denn jetzt hier? Normale Sachen hab ich bekommen! Hä? Kohle! Ich hab nen Kohleblock bekommen! Oh Kohle ist schon mal nicht schlecht ne? Ja! Ich mach schon mal ne Spitzsache! Was krieg ich jetzt hier gerade? Holz hab ich gerade gesehen! Erde! Aber man kriegt ein... Oh ne Kuh! Okay! Aber hä? Die Sachen sind eigentlich gar nicht so krass geupgradet muss ich sagen ne? So jetzt hier schön weiter abbuddeln! Wada boom! So! Okay! Ah! Was ist los? Was ist runtergefallen? Ich stand genau direkt drauf! Was hast du denn da sag mal? Ja! Ich mach schon mal schön Fleisch hier vor uns! Und zack! Hier auch nochmal! Was hab ich denn jetzt hier noch bekommen? Wir haben Kartoffeln bekommen! Ich seh grad da unten ist voll viel Stein ne? Bei der anderen Insel da unten! Da können wir sogar... Haben wir sogar richtig viel Essen? Das meine ich ja! Wir haben Essen, Steine und so... Okay warte mal! Ich baue rüber und dann springe ich ins Wasser ermelchigartig! Pass auf! Okay okay! Da bin ich auch mal gespannt! Ja ich werd zugucken! Bist du bereit? Bist du schon da oder was? Reicht mir! Reicht mir! Der Profi macht das von mir aus! Okay dann zeig her! M-L-G-1! Oh mein Gott! Was? Das hat weh getan! Aber ich hab's trotzdem überlebt! Was? Und wie ist die? Ganz viel reife Sachen! Nein! Was? Die Stachelbeere hat mich gestochen! Du hattest nur ein halbes Herz oder was? Ja meine ganzen Sachen sind runtergefallen! Du bist so ein Idiot! Wir brauchen noch diese Rainbow Dinger! Die Rainbow Bar! Aber lang noch ein paar Sachen! Die hab ich noch! Ehrlich? Ja die hab ich noch! Aber auch mein Schwert und sowas alles! Mann! Stimmt du hast dein Schwert gemacht ne? Mann! Spitzsacke und alles! Aber egal! Ist nicht schlimm! Hier ist Gemütsstein! Und ich hab nen Lava Eimer! Und Glühbeeren! Was sind denn Glühbeeren? Ah hier ist meine Spitzsacke! Oh wir haben ein Villager! Aber der kann nicht traden! Was? Voll unnötig! So jetzt hier ein bisschen weiter! Buddeln! Sehr gut! Ich hab noch 100 Blöcke um das nächste Upgrade zu bekommen! Hm! Sehr schön! Ich hab hier schon mal ein bisschen den Basics da für uns! Ja das ist gut! Ey das sieht so cool aus in der Regenbogenblock! Das sieht extrem cool aus! Mein Inventar steht fast voll! Ich glaub ich muss jetzt langsam mal hier ne Kiste machen! Damit wir auf jeden Fall auch nicht so viel nachher verschwenden! Jetzt packe ich erstmal alles hier rein was ich grad erfarmt hab! Ich glaub ist nicht so verkehrt ne? So! Und ich lass nur die Kartoffeln über! Oh! Oh mein Gott! Bist du schon wieder drauf gegangen? Nein 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 alles gut! Alles gut! Was machst du denn überhaupt da unten gerade? Ich fahr am Stein! Ich fahr am Stein! Damit wir Ofen machen können und Spitzhacke und sowas alles! Das ist gut! Das ist wichtig! Der Hund greift direkt! Nein der Hund! Der Hund wird drauf gehen! Er ist im Wasser! Der Idiot! Nein! Und der fällt runter! Nein! Der war so gut weil er hat die ganze Zeit die Tiere geholt! Oh man! Okay! Na ja gut aber mein Gott ist halt nicht schlimm! So komm schon ein bisschen weiter jetzt hier! Bisschen schön! Oh Gott! Nein die Kuh ist gestorben! Nein als ob! Ich hab auf jeden Fall richtig gut Essen für dich wenn du darauf Hunger hast! Hier auch nochmal schön ablaufen! Ja das ist auf jeden Fall nicht verkehrt mit Essen jetzt gleich ne? Das ist nicht verkehrt! Ich würd sagen ich komme wieder nach oben ne? Ja genau komm komm mal wieder her! Komm mal wieder her! So dann kannst du auch den Block weiter abbauen! Weil jetzt zählen nur 50 Stück fürs nächste Upgrade! Oh mein Gott sehr gut! Ich weiß ich weiß! Die Erde mit Tiers sagen! Ne Babykuh! Oh mein Gott! Wie nennen wir die? Hier ne Babykuh! Das ist ne gute Frage eigentlich ne? Tutti! Die heißt Tutti! Tutti! Wieso ist das ein guter Name für ne Kuh? Ich mache nochmal ne Kiste dass wir ne Doppelkiste haben! Was tutti die Kuh? Und ja! Sehr gut! So jetzt hier schön nochmal weiter abbodeln hier das Ding! Und 5! 4! 3! Hey weg mit der Kuh! Weg mit dem Schaf! 2! 1! Und Upgrade! Und yo! Was kommt da jetzt immer raus? Wo kriegst du gerade die Sachen ne? Ja! Sind die Sachen anders oder besser? Ne! Samen oder sowas hatte ich aber wirklich vorher schon! Hä was? Die Standardsachen einfach nur! Voll schlecht! Das ist doch voll uncool! Ich würde sagen würden wir im nächsten Part einfach weitermachen! Ja! Hört sich gut an! Ok! Optimal! Sehr gut! Let's go!